Meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, dieses Video ist das erste Video einer Reihe von vielen Videos, die ich euch mitgeben möchte aus Coaching-Talks über verschiedene Themen aus Persönlichkeitsentwicklung und gewaltfreier Kommunikation, die ich in den letzten Wochen mit guten Freunden auf Instagram gegeben habe. Und da diese Talks relativ lang sind und es ein hoher Aufwand ist, sie durchzugehen, dachte ich mir, gebe ich euch kleine Einblicke in diese Talks mit verschiedenen Nuancen und mit einem verschiedenen Fokus drauf. Und der Fokus heute soll sein, das Thema Selbstvertrauen. Insbesondere, damit wir über Selbstvertrauen sprechen können, gucken wir uns erstmal an, was bedeutet Selbstvertrauen überhaupt. Es gibt so diese typische Gleichsetzung von Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Und dann gibt es ganz oft diesen Satz, ach, der ist ja total von sich selbst überzeugt. Der hat ein viel zu hohes Selbstbewusstsein. Und damit ist eigentlich nur gemeint, ach, der ist vielleicht arrogant, der hält sich für was Besseres. Und in diese Richtung möchte ich gar nicht mit euch gehen, sondern ich möchte euch den Blick öffnen auf Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein zu sagen, ich bin mir meiner selbst und dem, was ich kann, bewusst. Und wenn ich mir das ja klar gemacht habe, dann vertraue ich darauf, dass ich diese Fähigkeiten gewinnbringend einsetzen kann. Ich kann darauf vertrauen, wenn ich ein schwieriges Projekt angehe, dass ich in der Lage bin, mit meinen Fähigkeiten dort Erfolg zu haben. Eine Aufgabe meistern zu können, in bestimmten Situationen die Ruhe bewahren zu können. Und Selbstvertrauen, merkt ihr vielleicht schon, erstreckt sich dann tatsächlich auf alle Lebensbereiche, sowohl beruflich als auch privat. Wie gehe ich mit Menschen um, wie reagiere ich in einer bestimmten Situation? Und ich persönlich merke es für mich, ich habe ganz unterschiedliche Ausprägungen von Selbstvertrauen, abhängig vom Bereich. Es gibt bestimmte Bereiche, in denen ich mir sehr, sehr, sehr gut selbst vertraue. Und es gibt andere Bereiche in meinem Leben, wo ich immer wieder hadere mit mir, wo ich immer wieder unsicher werde. Und das Spannendste ist, dass auch diese Bereiche sich immer, immer wieder abwechseln miteinander. Es gibt nicht einen Bereich, wo ich eigentlich die ganze Zeit im puren Selbstvertrauen schwäge. Nein, auch in diesen Bereichen kippt mein Selbstvertrauen immer mal wieder. Und was ich daran, glaube ich, am allerspannendsten finde, ist, und das ist mir erst in diesem Coaching-Talk klar geworden, dass, wenn ich über Selbstvertrauen spreche, dass es für mich eigentlich noch eine zweite Ebene darunter gibt. Die erste Ebene oder die obere Ebene, das ist die mit, wir vertrauen in unsere Fähigkeiten, in dem, was wir können. Und für mich gibt es mittlerweile eine Ebene darunter. Ich vertraue in mich als Ganzes. Und was ich damit meine ist, ich vertraue darauf, dass ich so sein darf, wie ich bin. Dass ich erst mal, wenn ich niemandem anderen schade, tun darf, was ich möchte, ohne dass ich deswegen komisch bin, unnormal, verrückt, crazy, gehört sich nicht, wie auch immer. Sondern wirklich so dieses urtümliche Vertrauen, ich darf so sein, wie ich bin und ich darf damit in die Welt hinaus. Und was ich für mich auch in dem Talk gemerkt habe, wenn dieses erste oder dieses untere Vertrauen, ich nenne das auch gerne das Urvertrauen in mich und das Leben, klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, finde ich, aber ist es eigentlich gar nicht. Wenn das nicht gegeben ist, dann fällt es mir unfassbar schwer, in meine Fähigkeiten zu vertrauen. Weil irgendwo darunter immer wieder mein Zweifel kommt, ja, aber eigentlich, ich darf gar nicht, ich habe das gar nicht verdient. Also es ist eigentlich eine ganz andere Frage, die darunter steht. Gar nicht vertraue ich in meine Fähigkeiten, schaffe ich das, sondern vertraue ich in mich als ganzen Menschen. Und das Spannendste für mich ist natürlich dann, wie kann ich dieses urtümliche Vertrauen bekommen, damit ich dieses Vertrauen in meine Fähigkeiten ausprägen kann. Und bedingt sich das gegenseitig? Welches ist zuerst da? Kann man beides irgendwie gleichzeitig? Oder gibt es eine bestimmte Reihenfolge, die man empfehlen kann oder die vielleicht auch notwendig ist? Und das wiederum gibt es in einem nächsten Video. Ihr wisst ja, diese Videos, habe ich euch ja schon gesagt, sollen diesmal ganz kurz sein. Und in diesem Video ging es tatsächlich darum, was heißt Selbstvertrauen? Einmal Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten, in dem, was man kann. Und für mich darunter Vertrauen in sich als Mensch insgesamt, dass man so sein darf, wie man ist. Und im nächsten Video möchte ich mit euch darüber sprechen, welche Möglichkeiten gibt es, zu mehr Selbstvertrauen zu kommen. Okay, alles klar. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und schön, dass ihr dabei wart. Ciao.